blutmund und ich bin nicht drin oh gott bewegt ich bewegt dich links links ist der angriff man sieht die wobei muss nicht unbedingt sein verteilen sie oh gott die ist links der angriff ist links und da sind keine bogenschützen da nein der angriff ist rechts interessant aber dass links keine bogenschützen sind schon wieder durchgebrochen ja ja zu viele nonsens charaktere hier sag mal ist das haus rechts oder links rechts ist ja so starr schon das portal ich schätze mal das portal ist längst dann oder vielleicht muss ich erst mal das haus bauen sehr undurchsichtig verstehe es aber nicht egal so jetzt haben wir erstmal für einen tag ruhe genau das heißt nämlich für uns wir müssen wieder aufbauen ihr habt nicht zufällig gold oder nein super alter hier kann ich eine festung bauen und schatz nice da hinten ist er sehr gut links können wir eine festung bauen aber naja erstmal erstmal mau upgraden kommt da sowieso erstmal keiner durch wir haben keine hämmer mehr das ist immerhin schon mal ein vorteil da war ich zu schnell für die schön nach rechts so ich wollte eigentlich nicht so viel zeit hier verschwenden vor allen dingen weil ich jetzt habe ich nicht weiß okay da ist die nacht vorbei ernsthaft du scheiß hirsch jetzt sind da keine jäger oder was dann treibe ich da hirsch hin und dann ist da niemand ganz ehrlich fuck you super zeit verschwendet klasse haben wir ja so viel davon alter wie viele leute sehr没事 das ist sehr sehr sehr진짜 ist damit können wir auch nicht was anstellen na ackerland Oh no. Ah fuck, das war dumm. Jetzt stellen sie sich natürlich dahinter. Nicht hinter der geilen, super. Machall. Okay, ähm Oh Shit Wenn es nicht Nacht wäre Dann würde ich jetzt noch schnell was bauen, ne? Stimmt, wir haben ein Jägerdefizit Nächste Runde muss ich wieder ein paar Leute anwerben Aber ich möchte die Mauer erstmal ausbauen Nach rechts Wir haben ein Jägerdefizit Aber die Mauer ist wichtiger Wusste ich es doch Wusste ich doch, dass sie sich da aufstellen Super, sechs Gold müssen sie noch rausgeschmissen Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor der Sturm losgeht Ich weiß, dass wir ein Defizit haben Aber Was ist das? Achso Wir müssen den Bauernhof in Gang kriegen Wir müssen den Bauernhof in Gang kriegen Wenn wir den in Gang kriegen, dann haben wir ordentliche Geldeinnahmequelle So Wir werden jetzt mal hier gleich zwei Die zwei Personen dann Da haben wir auf jeden Fall schon mal Leute Die Auf uns warten Wir müssen auch das Haupthaus upgraden Irgendwo soll man auch Ritter anwerben können Um Portale zu zerstören Ihr habt ja gesehen Was da los ist Eventuell machen wir das auch bald Aber erstmal müssen wir unsere Grenzen sichern Aber erst einmal Bevor wir irgendwas machen Tun wir erstmal das hier abgrain So Weil noch ist kein Blutmond Und noch haben wir Zeit Alter Ordentlich Die bauen ja richtig hier schon an Das wird ordentlich Ich freue mich jetzt schon auf die Kohle Die wir rauskriegen Einer hat nichts zu tun, aber Ich habe ein gutes Gefühl in dieser Runde Ich habe ein echt gutes Gefühl Wie sieht es bei euch Kohle-technisch aus? Okay Naja Wir haben ja hin etwas Viel Gold Wie kostet das Sechs Gold Zum upgraden? Okay Okay Ungefähr einen Tag braucht es zum Wachsen Und daraus kriegen wir ungefähr Drei bis vier Gold Denke ich Hoffe ich Bauarbeiter ist in der Nähe Dann machen wir schnell, ne? Fuck Das war vielleicht nicht so intelligent Ah Das sind zwei Bauarbeiter Nein Nein Das war nicht intelligent Oh Mann Macht schneller Macht schneller Okay Glück gehabt Das war Glück Wir hatten ein Schwein Aber rechts sind sie durchgebrochen Nö Geil Geil Nice Es wird Es wird Ich habe so ein Gefühl Sehr, 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 sehr cool Bam Bom, bom, bom Ach Die bekommen automatisch Steinwelle Geil Das ist cool Die bekommen automatisch Steinwelle Das ist mal nice Cool Haben wir Geld gespart, ne? Okay Sieht soweit ganz gut aus Aber jetzt nochmal Steinwelle Also Jetzt brauchen wir neue Ähm Brauchen neue Rekruten Aber Steinwelle Steinwelle haben wir ja Jetzt haben wir auch Katapulte Nice Läuft doch Wenn man das Spiel ein bisschen kann Dann sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus Also ich kann es ein bisschen Ja Also Ich habe jetzt seit Anfang gesehen Ich weiß ja nicht Inwieweit das Spiel jetzt noch weiter geht Wir haben ja nicht viel gesehen So Dann bauen wir hier einen gescheiten Turm mal hin Steinwelle Okay Ja, kommt erstmal niemand vorbei Genau Und das Haupthaus möchte ich dann auch Gleich im nächsten Zug Dann auch upgraden Äh Vielleicht Kriegen wir jetzt noch mal ordentlich was Aus der Ernte raus Okay Kriegen wir noch Nicht ganz so viel Aber ich denke genug Acht Stück Das ist doch vollkommen in Ordnung Das ist mehr als legitim Das ist noch eine Schaufel Was heißt das? Dass da noch mehr anbauen können Denke ich Alter Nice Sehr, 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 sehr schön Nee Können nicht So Gleich das Haupthaus War tatsächlich acht Schauen wir mal Ob die noch Was er jagt haben Ja, haben sie Sehr schön Sehr, 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 sehr geil Was haben wir denn jetzt? Schloss, oder? Geil Oh, 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 oh Ja, nice Ich glaube, das sind die Ritter, oder? Ich weiß es nicht Sechs links, sechs rechts Alter Das war eine richtige Entscheidung Links zu gehen Vom Platz her Alter Die haben die Mauer nicht mehr angekratzt Richtig geil Die haben nicht mal die Mauer angekratzt Das ist doch mal cool Ja, mit Glück kann man beides bauen Ein Gold haben wir bekommen Wir haben ein Gold bekommen Fuck Das ist richtig kacke Wie Ja, muss er nicht verstehen Rechts haben wir jetzt ein Schild Was soll das heißen? Was zur Helle heißt das Schild? Hm Ich habe keinen Schimmer Ich hoffe, es ist was Gutes Das ist noch früher Morgen Deswegen können wir die Exkursion hier rein wagen Brauchen jetzt nämlich neue Leute Wir haben geile Welle Aber keiner, der sie verteidigt Das müssen wir auf jeden Fall ändern Also geile Welle ist schön und gut Aber wenn wir jemanden haben Der dahinter steht Und auf die Die Typen drauf ballert Dann Haben wir ein Problem Interessant Wusste gar nicht, dass es hier Herbst gibt Halter Ja, Kohle mangelt sonst aktuell nicht Das ist nun im Aufmerksam Ja, hierher Wusste gar nicht Das ist nun im Aufmerksam Ich bin wieder